hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen video eigentlich habe ich gesagt dass heute ein tierklinik video online kommen sollte aber ich glaube heute mache ich ganz mehr dafür kommt heute ein gute nacht video und in der frühe kommt ein guten morgen video so sollte ich nur gesagt haben ja weil jetzt mache ich kein tierklinik video mehr das mache ich dann am freitag und ja mir gibt gar nichts zu sagen das war eine kurze info nur dass ihr halt bescheid wisst und dann sage ich mal